Du klingst echt wie so ein YouTuber. Junge, du sagst, du hast abonniert, alter, machst du auf Ehrenmann und dann hast du mich doch nicht abonniert, oder was? Junge, das macht man nicht. Die Russen kommen. Was hast du gegen Russen, hä? Mir ist mein Controller auf den Boden gefallen und jetzt guck dir mal die Scheiße an. Jetzt guck dir mal die Scheiße, ich schick dir einfach ein Bild. Junge, was soll ich denn machen? Mein Scheißherz hat das Schrott und Spaß. Oh, Jesus. Hallo, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ich hole meinen Kumpel ab. Heute ist es nur Schnee. Ohne Witz, ich glaube, wenn ich dich in der Lobby finden würde, ich würde direkt quitten. Direkt sagen, nö. Hallo, ist hier wer deutsch? Oh, nee, ich bin Spanier. Hallo, ist hier wer deutsch? Ja, der ist Spanier, ist doch gehört. Ach so, ja, dann lass rausfassen, alter. Nein, Digga, nein, 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 nein. Mann, ich kann doch deutsch. Ach, du bist doch deutscher, Junge, warum verarscht du mich? Oh, Junge. Was, oh, Junge? Klingt wie so ein YouTuber. Ja, moin, Meister, Alter. Ja, was für ein YouTuber, Junge. Oh, Alter. Bist du gut in Fortnite? Ja. Ey, warte mal, du heißt... Echt? Finlive08, ne? Ne, weiß, ich heiße... Aber warte, du bist jetzt nicht 2008 geboren, oder? Oder der hat schon AMG, was für 2008 geboren. Ich bin zwölf. Zwe Jahre älter als ich, auf jeden Fall. Ich bin siebeneinhalb. Siebeneinhalb, aber fast 14. Moistie, Maier. Aber ich will trotzdem mein Kumpel ab im AIG. Im AMG, so rum. AIG. Hast du ein Auto? Ne, ich fahre immer mit dem Bus. Und du? Du hast schon so ein Bugatti Vero. Ja, bestimmt Standard. Standard wie Standardskill, oder was? Kennst du den YouTuber? Ja, YouTuber klingt mir bei dir... Was ist Klinke? Tür Klinke? Was? Oh, Mann. Du klingst echt wie so ein YouTuber. Wer? Der Omega Inax? Ja, Mann, ich bin YouTuber, Alter. Willst du mich mal abonnieren? Emilias. Emilias22. Lass mal nachgucken. Digga, du musst halt Like und so dalassen, ne? Okay, erst mal abonnieren, ja. Danke, Mann, Digga. Du bist so ein Ehrenmann, Alter. Ich bin nämlich dein Manager. Ich manage immer alles so. Geld und so, weißt du? Weil als YouTuber lebt man halt schon reich. Da lebt man halt schon. Er macht schon viel Geld. Wie beim Standard, ne? Lebt man schon die einen oder anderen zwei Döner in zwei Jahren. Nein. Nein. Was? Nein, er hat nicht den Dance. Er hat den Tanz, Junge. Wie viel Geld musst du haben, Alter? Ja, es reicht halt. Du, es geht gar nicht. Du bist YouTuber. Ich frag mich auch gerade, wie das gehen soll. Ja, Junge, mit Tomate beschmissen. Sag mal kurz, Beate. Tomate. Dein Team-Up-Karate. Da wischst du eigentlich, Mann. Du denkst auch nur, weil du Junge über bist, bist du cooler. Digga, weißt du, wie viele Abos? Ich hab, Junge, schon. Wie viel habe ich, sagst mir, FinnLive. Wie viel habe ich? Ey, warte, ich guck. So ein Abonnent oder so. 18.000. Alter, okay. Natürlich, ne. Da musst du dich respektieren. Ich weiß zwar nicht, wo du die Zahl jetzt hergegriffen hast, aber das stimmt auf jeden Fall. Wie viel habe ich jetzt wirklich, weil du hast mich ja abonniert. Du musst ja eigentlich wissen, wie viel ich hab. Also, ich hab irgendjemanden abonniert. Hast du mich gar nicht gefunden, oder was? Gut stabil nochmal, warte. Du willst mich verarschen, oder? Junge, du sagst, du hast abonniert, Alter, machst du auf Ehrenmann und da hast du mich doch nicht abonniert, oder was? Ja, oh, das ist nicht. Junge, was soll die Scheiße, Junge? Junge, das macht man nicht. Junge, du hast mich einfach verarscht, Alter. Wo ist denn hier dein Name? Junge, du hast mich einfach verarscht, entschuldige dich jetzt. Entschuldige dich. Entschuldige dich. Nein, du entschuldigst dich jetzt richtig. Machen, Junge. Sag ich, entschuldige mich, oder mein Arschloch brennt, wie wenn ich zwei Ladungen Chili-Cas-Specciel gegessen habe. Junge, jetzt entschuldige dich. Junge, ich werde attackiert. Wir gewinnen. Die Russen, komm. Was machst du gegen Russen, hä? Oh, oh, jetzt gibt's Beef. Und damit meine ich nicht das Essen, wenn du verstehst, wie ich meine. Ich habe immer noch keine richtige Entschuldigung gehört, jetzt mach, Junge. Hab ich doch laut gelanget. Ja, du sagst, Junge. Junge, mach richtig, Alter. Willst du mich verarschen, oder was? Sag ganz normal einfach, mach jetzt. Oh, ich muss los. Ey, Finn, du machst jetzt dein Mikrofon wieder an. Der ist uns so gemutet. Wer hat das wahrscheinlich safe mitbekommen, dass wir den verarschen wollen. Cooler Junge. Auf gar keinen Fall. Ich habe doch tausendmal gesagt. Sorry. Ja, Junge, aber du hast einmal gesagt, Junge. Warum verarschst du mich? Oh, ja, geh, Alter. Was, geh? Ja, geh einkaufen, oder so. Mimimi. Am Montag, einkaufen. Junge, wo lebst du? Ja, tschüss. Nicht tschüss, Junge. Scheiß. Junge, bleib doch mal stehen, Alter. Mit deiner Weihnachtsmütze. Denkst du, du bist cool, oder was, hä? Denkst du, du bist cool mit deiner roten Mütze? Wann bist du noch da? Er geht mit seiner PS4 einkaufen. Ich gehe jetzt mit ihm einkaufen. Guck, ich habe ihn hier auf meinem, meinen Dingswagen hier. Dingswagen? Mein Einkaufswagen. Ja, wie kann man denn hier nochmal Gas geben auf dem Einkaufswagen? Das ist schon voll anher, dass wir jetzt mal mit den Dingen gefahren sind. Mit Y. Y. Ja, Bruder, ich zock auf Xbox, du Noob. Du bist Noob, Junge. Guck dich an mit deinem... Ihr habt beide eine scheißrote Mütze auf. Denkt ihr, ihr seid cool, oder was? Du bist ein Nooskin und du stinkst. Junge, guck mal meinen heftigen Bling-Bling am Rücken an. Mimimi. Ey, Finn, live? Ja. Bist du genervt, oder so? Wieso bist du bockig? Nee. Ich höre das doch raus, Junge. Mach uns nichts vor. Haben wir irgendwas falsch gemacht, oder so? Bist du echt kein YouTuber? Ja, wer soll ich denn sein? Du klingst immer so. Ja, wie wär denn? Irgendwie so ein YouTuber. Ah, irgend so ein YouTuber. Hä? Das gibt gar keinen Sinn. Ja, ich weiß. Guck mal, die Lose kriegen aufs Maul jetzt, komm. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Auf die Fresse. Auf die Fresse. Alter, wie schießt jemand mit AMG? Das war der Kollege hinter uns hier. Der Kollege Schnürschuh. Schnürschuh? Ja. Schnür dir gleich den Schuh zu. Ey, Junge. Oh, Alter. Alter. Und der wäre heftig. Hat nur so Spaß. Und auf einmal machst du voll ernst raus. Ja, er trägt komplett am Rad. Ja, muss ich ja. Ihr meistert propers Liga auch Spacke. Er macht halt direkt auf 180 Grad Drehung hier. Komm, 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 die Fahnda, die Fahnda, die Fahnda. Wow, wo ist Herbert? Wow, wo ist Herbert auf diesem Bild? Wo ist Herbert? Alter, Junge. Oh, da sind sie die ganze Zeit. Oh, da wurde komplett die Ehre genommen. Wo ist Herbert? Wo ist 24er Hit? Oh, ich bin Ninja, sein Vater, Alter. Oh, die fahren weg. Was ist denn das für Lutscher? Die hauen einfach ab. Ich habe Lagerfeuer, kommt her. Ihr braucht ja noch Leben. Finn Life, komm her, Junge. Ja, komm, drück jetzt, du Gnom. Oder willst du nicht aufs Maul? Ey, Mann, ganz ruhig, okay? Ganz ruhig, Mann. Ich mache ja schon. Oh, du Bumsebirne. Du bist so ein beleidigender, beleidiger. Ey, Finn Life, weißt du was? Deine Schuhe sind hart hässlich. Ha 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 ha. Schau dir mal die Kackkartoffeln an, Alter. Oh no, 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 no. Ha 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 ha. Hast du mal die Größe gesehen? Die Anzahl der Schnürschenkel. Die Schuhe sind sauber. Und die Schnürsenkel bleiben auch so, wie sie sind. wird sich hier nichts dran rütteln ob du hier bist und nicht die zone ist ja schon übel kleines leben ja nur auch so zehn leute ich bin aufgeregt jungs 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 ich bin aufgeregt wir holen jetzt einen epischen alter ich meine das ernst wenn nicht junge dann keine ahnung wer schuld ist finn life ich habe noch null kills man finn life ist dann schuld oder oh mein gott oh mein gott das ist der beste ever gut oh mein gott digga 262 gedrückt erholt mich erholt mich wieso seid ihr so schlecht mann alter ich kann noch nichts dafür fickt wer ist schlecht junge hey finn life finn life bevor du gehst du mach mal ruhig wollen wir noch zusammen spielen das hat doch gut geklappt hier ja dann musst du mir eine freundschaft dann frage okay mache ich jetzt okay junge irgendwo bleibt er denn jetzt alter mit der mega cool schneebrille man was hat fresse gesagt das habe ich gar nicht gesagt so ist der beste skin ever er glaubst du noch an den weihnachtsmann finn life ja natürlich dass mein vater alter der hat richtig geld der kollege er stinkt immer so richtig nach scheiße finn life 08 der riecht nach altem lachs ja 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 junge ja ja ist der einzige der lach was hat er schon wieder gemacht jetzt jungen ich habe einfach mein herz ist ja finn life in acht minuten ist feierabend und zwar ohne diskussion hast du gehört hast du gehört finn life ja dass in acht minuten feierabend ist das war mein weihnachtsmann vater ach der ist der weihnachtsmann ja scheiße ich wiederbelebt dich ok weil du bist mittlerweile echt ein guter kumpel geworden nein 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 hey du aussie digger digger junge man jetzt guck mal mir ist mein controller auf dem boden gefallen und jetzt guck dir mal die scheiße an hallo ja nix hallo digger ich verstehe digger mach mal irgendwas junge was soll ich denn machen mein scheiß herz ist das schrotto spaß warte mal wie ist das jetzt passiert alter sag nochmal story time mit ton verändert also guck ich habe mal früher fortnet gespielt gell dann habe ich so hart gegen mein controller gehauen also dass es schon umgebogen war und dann digger ist mir jetzt also ich war schon halb kaputt jetzt ist mir mein scheiß auf jeden fall ist jetzt mein scheiß controller auf den boden gefallen und jetzt geht gar nichts mehr jetzt ist schrott jetzt bewege ich mein controller und dann höre ich dich nicht mehr ich glaube ich schneide den controller ab und löte das dann mit dem mit dem anderen zusammen kannst du löten und so ja das geht schon ich habe mein mac mini zusammen gelötet weißt was passiert ist kurzschluss aber das wenigstens was witziges für dein video wenn ihr weitere verarschen mit ihm zusammen sehen wollt dann müssen wir aber auf jeden fall die drölfeinhalb likes fast 15 likes schaffen also machen junge macht das jetzt sofort ich hoffe euch hat das video gefallen wenn dem so ist dann lasst jetzt auf jeden fall ein like und eine glocke da schreibt in die kommentare hashtag kalle verändert schaut auf jeden fall bei ton verändert vorbei erster link in der video beschreibung falls ihr noch nicht kennt aber ich denke die meisten sollten ihn kennen und dann würde ich sagen kalle mäus